Hi, ich lebe. Ich habe endlich den Kalender fürs CNM, den findet ihr in der Beschreibung, Kommentare, Discord und, und heure mit. Morgen kommt die Halbfinalanalyse zu Battle 1 und 2. Am Dienstag folgt ein Track von Moten featuring Motional zur Überbrückung. Am Mittwoch kommt der Teaser zu Kevlexe gegen Requiem. Am Donnerstag kommen Kevlexe gegen Requiem. Am Freitag kommt der Teaser zu Basket gegen DRV. Am Samstag kommt Basket gegen DRV. Das war's, tschau.